Die Bayern haben den Sieg. Die Partie ist abgefiffen. Ein ganz, ganz toller Erfolg. Sie haben den Titel tatsächlich geholt. Eine ganz starke Leistung über den gesamten Wettbewerb gesehen und damit geht sie auch heute verdient als Siegler vom Platz. Sie haben den Titel. Sie haben den Titel. Sie haben den Titel.